Herzlich willkommen bei Lubera und bei unseren Gartenvideos. Mein Name ist Markus Koppelt, ich bin Gründer und Züchter bei Lubera und ich möchte Ihnen so ein bisschen das Brombeerschneiden zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das vor ein paar Jahren schon mal gefilmt habe, aber das schadet eigentlich nichts. Wir haben hier eine wunderschöne kleine Versuchsanlage mit Navajo Brombeeren. Da von mir aus links sieht man Navajo Original Brombeeren, verschiedene Klone und da wo ich davor stehe und dann rechts sieht man Big and Early Navajo. Und Sie sehen, die sind wahnsinnig gesund. Obwohl sie so dicht stehen, sind die Pflanzen wahnsinnig gesund. Wir haben diesen Winter hier zweimal minus 16 Grad gehabt. Wir haben vor zwei Wochen minus 12 Grad gehabt. Jetzt haben wir wieder Frost gehabt und diese Pflanze hat es wunderbar überstanden. Das ist ein der Gründe, warum wir die Gruppe der Navajo Brombeeren so forcieren, weil sie halt eben sehr gut im Geschmack sind, stark aufrecht wachsend sind und eben sehr, sehr winterhart sind. Das sind die Vorteile der Navajo Gruppe. Und wie werden diese Brombeeren geschnitten? Eigentlich ganz einfach. Man lässt sie, sie tragen dann den zweijährigen Ruten, das ist vielleicht das Wichtigste, das man wissen muss. Das heißt, man sieht hier unten so ein paar alte Ruten, die sind jetzt verdorrt. Die haben keine Funktion mehr. Die kann man jetzt eigentlich, wenn man sie nicht nach der Ernte entsorgt hat, kann man sie jetzt entsorgen. Ja, die können weg. Und alles, was so frisch gewachsen ist und diese wunderschöne hellgrüne Farbe hat, das ist eigentlich frisch gewachsen und wird dann jetzt im zweiten Jahr die Früchte tragen. Man kann dann diese Pflanzen so ein bisschen untersuchen. Ich nehme die braunen alten Ruten mal doch noch weg, weil mir die so nicht ins Konzept passen und sie verwirren könnten. Man untersucht dann diese Triebe so ein bisschen auf Nekrosen. Ja, wenn sie sowas sehen wie hier oder zu viel von diesen und wenn sie genügend andere Triebe haben, dann können sie so einen Trieb auch mal wegschneiden. Das ist kein Problem. Wir haben ja hier genügend Triebe. Jetzt nehmen wir einfach mal weg. Ja, weil wir ja genügend haben. Der hat auch Nekrosen hier. Aber die Nekrosen sind ganz wenig. Wir haben vorhin andere Sorten im Sortenversuch angeschaut, also die Navajo-Sorten sind einfach schlichtweg fantastisch. Und dann schneidet man im Prinzip, wählt man drei, vier Ruten aus. Hier eine für diesen Stock. Ja, sehen Sie hier. Das ist eine Rute, die wir haben möchten zum Fruchten. Dann sicher diese hier. Zweite, dritte dort hinten, vierte hier. Dann haben wir es im Großen und Ganzen schon. Viel mehr wollen wir eigentlich nicht. Ich nehme hier noch die Ruten weg, die von der anderen Sorte darüber kommen. Eins, zwei, drei. Vielleicht können wir dann von hinten noch etwa eine nehmen. Die zum Beispiel noch dazu nehmen. Und dann haben wir mehr als genug. Der nächste Schritt ist, alle Seitentriebe werden auf ein Auge konsequent zurückgeschnitten. Ein Auge hier, ein Auge hier. Vielleicht kannst du mal näher kommen. Wenn die Augen ganz eng stehen, kann man auch mal zwei lassen. Hier hinten ist ein Auge, hier ist ein Auge, hier ist ein Auge. Kann man auch mal zwei Augen stehen lassen. Aber einfach ganz kurz wird abgeschnitten. Nicht ganz am Trieb. Das heißt, man schneidet nicht so. Weil man möchte da dann eben Seitentriebe entstehen, die dann Fruchten, die Blüten entwickeln. Darum darf man sie nicht ganz entfernen. Und hier wieder auf ein Auge, hier auf ein Auge, hier auf ein Auge, hier auf ein Auge und hier auf ein Auge. Hier unten nehmen wir weg. Da unten nützen uns dann die Früchte nicht allzu viel. So. Das ist noch die andere Pflanze. Dann schauen wir uns die nächste Route an. Wieder auf ein Auge zurückschneiden. Das ist wieder die andere Pflanze. Nehmen wir hier weg. Langsam kriegen wir die Übersicht. Wir haben jetzt ein Trieb hier, zwei Triebe, drei Triebe, vier Triebe. Und hier auf diesen können wir verzichten. Der nächste Schritt ist die Höhenbegrenzung. Ich will hier nicht auf drei Meter oben Früchte haben, also begrenze ich sie etwa auf zwei Meter, die Ruten. Die ist gerade etwa zwei Meter. Ich schneide sie ein bisschen zurück. Die hole ich mir und schneide sie auch auf etwa zwei Meter zurück. Und der nächste Schritt dann überlasse ich aber wieder meinem lieben Assistenten Justo Schmidt. Wenn er dann hier in der Obstanlage arbeiten wird, kann er dann die Triebe, diese drei, vier Triebe, die wir jetzt selektioniert haben, wunderschön anbinden. Häufig wird während der Vegetationsperiode die Frage gestellt, ob man Brombertriebe, die so in die Luft wachsen, die drei, vier Meter hoch werden, ob man die nicht schon in der Vegetationsperiode im ersten Jahr zurückschneiden soll. Die Antwort ist ganz klar Nein. Wenn Sie die nämlich im Juli, August, September zurückschneiden, hier weit oben, wird die Pflanze nur noch weiter um mehr treiben und wird Holz produzieren, das nicht winterhart ist. Einfach wachsen lassen und dann im März den Schnitt machen. Warum im März erst schneiden? Weil man im März sehr, sehr gut sieht, welche Route gut und gesund ist. Schauen Sie sich, vielleicht kannst du das mit der Kamera machen, diese Route mal von oben bis unten an. Alles gesund. Keine Risse, keine Nekrosen, nichts. Das sind nur ganz normale Reibstellen. Normale Reibstellen. Keine Nekrosen, nichts. Diese Route wird fantastische Früchte tragen. Wenn Sie zu viele Routen haben, wählen Sie eher mitteldicke Routen aus. Die sind in der Regel gesünder als die ganz dicken und die ganz dünnen. Das ist vielleicht noch ein guter Hinweis. Ja, und dann haben wir die Brombeere schon geschnitten. So einfach ist das. Noch ein Zusatzhinweis. Es gibt natürlich neuerdings bei uns im Sortiment, zum Beispiel die Sorte Mont Blanc oder die Sorte Little Black Prince, das sind Herbstbrombeeren, die nicht an den zweijährigen Routen, sondern an den diesjährigen Routen Früchte tragen. Und die werden natürlich dann anders geschnitten. Normalerweise werden die auf ca. 50 cm runtergeschnitten, damit sie einerseits an den Seitentrieben der letztjährigen Triebe tragen und andererseits an den frisch aufwachsenden Trieben ab Mitte August. In der Qualität, in der Fruchtgrösse, sind aber die normalen Brombeeren, die normalen Navajo-Brombeeren aus der Navajo-Familie, die an den zweijährigen Routen tragen, immer noch viel grösser und viel besser. Also, so einfach ist der Schnitt der Brombeere. Da muss man wirklich keine Angst davor haben. Schauen Sie sich das Video einfach schlimmstenfalls nochmals von vorne an. Vielleicht finden Sie auch ein älteres von mir, wo ich das Gleiche erzähle. Können Sie mich dann überprüfen, ob ich immer noch das Gleiche erzähle. Und dann gärten Sie weiter, nachdem Sie die Brombeere geschnitten haben. Hm, wie geht es weiter? Aber ich kann Ihnen helfen. Hier geht es zu Lubera.com, dem Shop mit über 5000 Pflanzen und über 5000 Gartenprodukten. Hier, hier können Sie den YouTube-Channel abonnieren. So geht es weiter. Pflücken Sie jetzt Ihre Blumen.